Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf den Herzen Stardew Gaming Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World Ich würde sagen wir fahren hier auch direkt mal mit dem Auto raus Ich nehme einfach mal den hier jetzt Ich glaube die anderen können hier eh nicht alle mit Aber egal Einsteigen Danke sehr Ich sehe nichts Dann macht die Augen aus Nee geht aber nicht So wir müssen hier irgendwie dieses blaue etwas folgen Und dann machen wir auch was So Okay wir kommen hier nicht weiter Entschuldigung Okay wir müssen glaube ich das hier einfach mal kaputt machen Ich mach das einfach mal kaputt Okay das kann auch nur sie hier bauen Alles klar Brauchen wir doch hier das Grund zu Let's go So So Jetzt mal das einsammeln hier Bam 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 Okay So Okay Okay Hey Oh ne Leute mein Controller ist leer wir sehen uns gleich wieder Ja So da bin ich wieder mein Akku kurz gewechselt vom Controller So So Für was sind diese Dinger hier Da Da wäre ich mir runtergefallen Hier ist sie aber auch nichts Hier ist sie aber auch nichts Hm Also für irgendwas brauche ich diese Teile aber hier ist halt nichts Was Ach doch hier bist du Ah Ich habe den gar nicht gesehen Der ist einfach kurz versteckt gewesen So So Jetzt haben wir es Okay 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 Jetzt sind glaube ich jetzt auf der Is- äh auf der Insel Islan Zorna glaube ich Vielleicht auch nochmal das ausspricht So So das heißt wir müssen wieder dieses andere Teil holen ich glaube das liegt da ja gar nicht mehr ne Nö Jetzt ist wieder da oben perfekt Wann So So Hier liegt's Ist das ein Pilz? Ja ist ein Pilz Ich dachte schon hä was soll denn das sein aber ist ein Pilz okay Ich weiß auf jeden Fall jetzt dass das ein Pilz ist So Yeah Ich frage mich warum ein Pilz äh ein Pilz also warum Egal Warum ist dieses dieser Dino ein Hä Ein Pilz Muss ich nicht verstehen egal Bam Ich glaube da kann ich nicht rein sondern der Kollege hier So was ist hier drin Ah da ist etwas So Das Eis Okay so Ich sag hier bitte sehr 1 von 10 1 von 10 Warum denn 1 von 10 Egal 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 So Dann gehen wir doch mal hier weiter Zack Wir müssen natürlich auch schön hier alles einsammeln Einsammeln Sooo Komma Okay jetzt sind wir hier Hilf mir Diese Fragegeister sehen von nahem viel größer aus Wer ist da? Irgendeiner redet da hört ihr das? Nein Nein die würden hier runter Mann Egal 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 Jetzt bin ich hier schon auf der Ahnseite Ich will sie alles kaputt machen oder was? Ohne Marshmallows ist es einfach nicht dasselbe Ach was Ich pass mal fünf Sekunden lang Ich darf in diese Fischer schleppen mein Schießeisen auf einen Baum Ich hätte mich für die Mission auf dieser Insel mit den Kätzchen melden sollen Ich habe auch jetzt noch mal die Föcke Och hope Getsch 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 Ach, die muss noch weiter, sehe ich gerade. Hier rein, aha. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Nee, ich brauche nichts Neues. Die Gejagten. Okay. Die Versorgungszentrale liegt genau da unten in der Senke. Etwa anderthalb Meilen. Von der Klippe entfernt. Wir lassen sie noch schlafen. Eine Stunde vielleicht. Oh, nein. Was ist das? Nicht bewegen! Oh, okay. Wir lassen ihn einfach direkt. Ja. Okay, okay, okay. Yo, 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 yo. Wir werden einfach fort. Oh nein, bitte gifst. ist gut jetzt war ruhig dich kollege wir haben doch gar nichts gemacht aber schnell weg hier ja die schlange er kommt wieder es ist schlecht ich würde fragen warum ist dann fußball und jetzt wissen wir warum ich bin einfach ein fußball warum nämlich sieht er das an glaube ajs rucksack ok es könnte sein dass man sich jetzt erschreckt aber egal wo hier ist der direkt was der ist ja nicht mehr da bei uns jetzt weg so ja ja ich hätte dich retten die so vor allem die frau hilft jetzt einfach danke ich dachte schon mich jetzt erwischt so mit euch wo müssen wir jetzt in die rennen okay wir müssen jetzt hier irgendwas bauen okay ein auto das ist doch ein auto ein rasen mehr okay wir haben auch keine schaufel kommen wir irgendwie nicht hin leider der auf einmal her mit dem die anderen jetzt sind kommen hinterher ok soll ich schon sagen waren auf einmal weg wenn wir jetzt machen ok jetzt gehen wir durch den baum durch warte mal ist hier vielleicht was ja verfolgt den rasen mehr immer noch ich glaube das war mal einer kann mir vorstellen dass wir gleich hier wieder mit ihnen begegnen also einen raptor begegnen das ist nicht lustig ich dachte wirklich jetzt wäre ein raptor lass los sagt 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 jetzt brauchen wir irgendwas dass die anderen auch die durchkommen war dieses piep geräusch das nervt ein bisschen aber das ist im spiel also kommt durch meine freunde bei hey Ah, damit haben wir den weggelockt. Okay, die können das nicht. Dann mal weiter. So, jetzt mal ein Foto machen. Junge. Zwei von fünf haben wir gerettet, okay. Okay. Jetzt müssen wir die retten. Mann, Mann, jetzt. So, diese ganzen Käfer, ey. Jetzt bauen wir eh wieder irgendwas mit Reifen. Hier von fünf gerettet. Perfekt. Okay, der kommt auch wieder aus dem Nichts. Abfiesel dich. Ja, weg mit dir Raptor. So, jetzt haben wir alles eingestellt. Aber ich sage, wir müssen wieder weiter alles rein. Erstmal hier alles kaputt machen, was es hier gibt. So, 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 so. Da ist der letzte, den wir retten müssen, okay. Die Folge geht hier auch schon wieder zwei Minuten, aber egal. So. Wie viel bin ich jetzt gerade down hier? Egal. So, ich mache jetzt hier mal kurz alles noch kaputt. Und dann retten wir den Kollegen da. So. Zack, zack, zack. Okay. Das bauen wir jetzt schon wieder. Irgendwas zum Achtung. Das soll ein Hamburger sein. Hamburger. Okay. 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 So, hier ist noch irgendwas. Hä? Der haut jetzt einfach vom Rasenmäher ab. Müssen wir ja schon wieder einen retten, ey. Wieder Fotos machen, was für ein Foto gibt es jetzt. Oha. Komm, hau ab. Die Leine. Du wärst du nicht vorbeigekommen, wärst du nicht gesehen. Finito. Ich hätte meine menschliche Hülle hinterlegt. Au. 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 Sie haben gesagt, das Kommunikationszentrum ist in der Versorgungszentrale. Ich gehe da jetzt rein und schicke einen Funkspruch raus, okay? Ihr kommt nach. Wart auf uns. Jede Sekunde zählt. Wenn einer glaubt, er kann mithalten, kann das versuchen. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Schaut außerdem auch beim Discord-Server, weil der es unten in der Videobeschaut verlinkt. Habt die Videoglocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf dem Tag. Haut rein, euer Sandro. Tschau, tschau.